. 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 Ich hab den Bus mitnehmen hier, zack, und den Doppel, oh ich gibt den Doppel natürlich nicht, so, hoffentlich hat ihn noch einen roten, oh ihr klappt mir den Herzenpilz, blauer, blauer, oh, wow, ich will nach links ausweichen, der fährt links an mir vorbei, oh, weil das Lacki, äh fährt einfach, ist einfach durch die Münze, fährt zu gefahren, das ist einfach nicht ganz im Grund, oh, wir haben nämlich diese Kurve so scheiße, Also richtig krass, ey, hab ich zwei linke Hände, oder was? Ja, was war das denn? Was hat irgendeine Party gemacht? Nein, das ist eine Banane, oh, fuck it, ach da nur noch, shit, ich war mal erster, Junge, schmeckst du, kennst du nicht, ne? Und da ist schon wieder eine Banane gewesen, ah, scheiß Bombe, ja, nein, ich bin schon wieder aufs Grün gelandet, nice, Dürft ihr doch mal, wir müssen die Taste drücken Oh, er hat einen Stern, aber ich auch Ich hab einen Stern, aber der kann mich ficken, was? Was? Du Dreck-Sau, du Äh, okay Wie sind die gerade Pilze durchs Bild geflogen? Hä? Können wir jetzt mal was Gutes hier? Oh, das doch, das ist ein scheiß Stern Bitte nicht mich, bitte nicht mich, das doch, du Dreck-Sack Ich was nicht Ja, das doch war's Ich bin Zehnter Komm, kommt, kommt noch irgendwas Gutes Komm, eine Rakete oder so jetzt Ich bin fucking Zehnter Ich bin Zehnter Ein Stern, wow Oh, nee, schaff ich nicht mehr ohne Oh doch Oh, neunter nur, neunter, boah Ich verliere fünf Punkte Oh, hoho, dort sind die drinnen Ja, ich komm hier mal näher Aber die Punkteververhaltung noch anders, weil wir nur zehn Leute sind in der Lobby ARC ist so eine dreiste Abzocke, find ich. War nur 100.000, schade. Ich fand ja schon für den Early Access Titel 28 Euro ziemlich teuer, muss man sagen. Okay. Dass wir dann am Ende einfach nochmal den Vollpreis verlangen von 60 Euro und dann auch nochmal den Season Pass raushauen. Da kam ja das erste DLC, kam ja schon raus, da gab es noch was im Early Access. Das ist im Angebot für 19 Euro, ja, aber ohne die DLCs. Naja, aber wie gesagt, ist einfach nur frech. Ist einfach nur frech, muss man sagen. Und jetzt ehrlich, so geil ist das Spiel auch nicht, muss man jetzt mal sagen. Also ich hab mich da sehr schnell dran satt gesehen. Rago, bist du vor mir? Ich hab's noch nie gespielt. Ja, wie's machst du, du hauswärts. Ich bist doch so ein Drecksack. Du bist doch so ein Drecksack, ey. So ein dreckiger... Drecksack. Nee, du bist dreckiger Sport-Sack, bist du weiter. Oh, wow, ich wollte die Sandwich, einfach mal. Oh, wow, ich kann auch hier durchfahren, oder? Oh nein, über den Pilz hat vor, scheiße. Oh, wie unlucky. Oh, paar Pilzen, paar Sterne mitnehmen? Äh, paar Sterne, paar... Münzen, fahr doch darüber! Nein, 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 nein. Okay, scheiße. Äh, nee, das hast du nicht. Wow. Oh, nein, du fucking Stern-Typ! Fick dich! Und da ist noch einer! Nein! Fuck! Rago, welcher Platz bist du? Äh, neunter jetzt. Oh, cool. Und dritter? Ach, ja. Oh, nicht schön, einer ist in mich reingefahren. Das gefällt dem Theo. Oh, das wollte ich nicht. Oh, ich bin von sie selber getroffen. Oh, das letzte? Wow, wow, das war knapp. Das war sehr knapp. Ah, nur ein Boomerang, scheiße. Ah, scheiße! Ja, nee, kann ich nicht mit der Wischende. Hä? Ich hab' mal hinten gedrückt. Ja, man kann auch ohne DRC spielen. Da hast du recht, Kevin. Was kann man machen? Äh, arg ohne DRC spielen. Ja, ja, klar, aber... Die Führung ist einfach nur frech, dass man einfach einen DLC raushaut. Für 15 Euro war es, glaube ich. Wo er spielt noch ein Neu-Lexis. Heißt, man hat schon für den Konten Geld verlangt. Obwohl er spielt noch gar nicht fertig, weil er mit dem Konten fertig war. Oh, das ist der Radio. Ist klar. Also, die dritte Runde, scheiße. Ich bin vor dir, ich bin vor dir, ne? Vor dir ins Ziel gekommen. Ha! Die DLCs sind auch im Angebot. Alle zusammen kosten 44 Euro. Ja, was? 44 Euro, die DLCs? Hm, Klüster-Spiel 19 Euro. Schau mal hin, das seht ihr gerade, was jetzt leistet ihr mir? Schau mal hin, Leute. Ich hab für diesen Monat kein Geld mehr. So, diesen Monat kann ich... Ja. Das kostet arg jetzt insgesamt. Schau mal hin. Boah, ich will keinen scheiß Trailer sehen von dem Spiel. So, A kostet also normal 60 Euro. Und der Season Pass kostet einfach nochmal 40 Euro. Also 100 Euro für ein bisschen arg. Und guckt euch das an. DLC, 20 Euro. 20 Euro. Ne, das Spiel ist... Ah, das Spiel ist mit eingereist für 44 Euro. Das geht aber. Was ist mit 44 Euro? Also es ist ja gerade im Angebot, das Spiel plus die DLCs für 44 Euro. Ja, naja, find ich auch teuer. Find ich viel zu teuer für das Spiel. Muss ich einfach mal sagen. Ich hab's noch nicht gespielt. Ich kann's dir wirklich nicht sagen. Haben sie wenigstens mal die Performance jetzt inzwischen hingekriegt? Wie? Die Performance. Kann der Kevin hier oder wer das geschrieben hat mal antworten, ne? Hast du das Spiel schon, Kevin? Ich glaub, er hat's noch gar nicht. Er will sich kommen. Wir müssen wissen, ob die Performance jetzt nicht mal gut ist. Jetzt haben wir die Map schon wieder. Was? Ich will jetzt... Ah, Lena ist oben dabei. Ah, die Lena, ja, die Lena wieder. Bitte, Lena, nicht durchreichen. Und der Daztok ist auch wieder dabei. Natürlich. Jetzt werde ich wieder durchgereicht. Merk das schon. Ich merke schon, wie ich anfange, müde zu werden, ne? Ja. Ich glaub, so lange mag ich auch nicht mehr. Jetzt musst du sagen, dass fang ich an zu gehen. Weg da! Ja, wenn mal du vor mir da bist, hier. So, zack. Zack, perfekt gefahren hier. Scheiße! Jetzt werde ich losgereist. Neunter. Nice. Weg da, zu so für dich. Für dich. Und ich will so einen scheiß Ballon treffen lassen. Oh, das war knapp. Ich komme mir gerade so langsam vor. Was? Ich hatte doch Bananen hinten. Die Dreckssäcke. Wow. Jetzt war ich gerade kurz als Schneuter. Alter, ich war... Einmal getroffen werden, gleich durchgereicht. Alter, das Feld ist ja so krass hart beieinander. Wow, ich hab kein Geschenk bekommen. Wow, wow, was geht hier ab, ey? Oh, oh! Oh, Gott sei Dank. Ey, das ist das dichteste Feld, was ich jemals gesehen hab, glaub ich, auf der Map hier. Aber jetzt ist einer mal liegen geblieben. Oh, den hab ich gefickt. Hast du das, Rabio? Nein! Nein! Scheiße. Aber ich muss halt, mir muss man gut heißen, ich bin noch keinsmal untergefallen, Alter. Jetzt. So. Äh, mach da mal Platz. Nein, ich will den Panzer nicht. What the fuck? Alter, der hat Multikimmel zu einer Bombe gemacht. Ja, ich bin voll durchgefahren, da. Ey, der hat mindestens viele Leute geholt. Oh, fuck. Das ist übel für mich. Was ist das Ziel? Da vorne ist das Ziel schon. Ach du Scheiße. Komm, nochmal. Komm, bitte, 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 bitte. Und was bin ich, was bin ich, was bin ich? Fünfter nur. Was? Boah, das war intensiv. Ja. Ah, du bist Dritter geworden, du Dreck-Sau. Ey, du hast ja unter 50 Punkte, warst du nur noch. Du hast mich ja richtig eingeholt jetzt. Krass. Alter, der hat 9400, hast du das gesehen? Oh, fuck. Kein Wunder ist, der der erste ist. Scheiß Suchti. Das sind Leute, die nur ein Spiel besitzen, habe ich das Gefühl. Auch geil. Mir einmal einer unter ein Overwatch-Video geschrieben, wo das Spiel so gerade so ein Ziel oder so draußen war. So, ja, warum ich erst nur Level 130 oder so bin. Weil er will ja vier Monate schon spielen, wäre jetzt höher als ich. Ich habe einfach nur so, yo, Leute. Irgendwann war mal ein YouTube-Kommentar. Habe ich auch nur gesagt, Junge, du weißt schon, ich spiele noch mehrere Spiele als nur ein einziges Spiel am Tag. Ja. Deswegen, das ist krass. Ah, los, wie du Dreck-Sau. Für solche Leute finde ich einfach nur krass. Ich habe immerhin die Frage, denken die Leute doch mal nach, dass man noch ein Real-Life hat und so? Aua, du Arschloch! Warum fährst du mich rein, du Dreck-Sau? Ich war gar nicht bei dir in der Nähe. Anscheinend ja schon, du hast nicht reingefahren. Die rotieren hier ganz gemütlich um mich rum. Ah, ich habe so. Na Gott! Ich sehe nichts mehr, ich bin echt egal. So, ich hole auch mal hier raus. Trifft sich einer? Oh Gott! Oh, irgendwas habe ich getroffen. Nice. So. Oh, ich fahre noch runter, lol. Ich habe irgendwie mein Item behalten. Oh. Was? Warum sind die kaputt gegangen? Hä? Der Rote ist gegen eine Münze gefahren und ist explodiert. Warum? So, nochmal direkt rein hier füllen. Ich habe mich kaputt gemacht. Oh, ich habe mal einen gefickt. Nice. Komm mal hier. Das Feld ist so dicht hier. Das ist so ekelhaft. So, komm mal hier. Ach du Scheiße. Nein! Ach du Scheiße. Oh, der kommt noch vor mir rein, oder? Der kommt echt noch vor mir rein. Der kommt noch vor mir rein, ey. Das gibt es doch nicht. Ich bin nur Vierter geworden. Ich bin Neunter gewesen. Oh, nice. Abstand. Ja, Abstand wird wieder größer, Rabio. Abkopf. Ich glaube, wir können auch eine Runde länger spielen. Ja. Ja, Abstand wird wieder größer, Rabio.